Es gab einen anderen. Eine Kreatur namens Ar'gul. Zu verrückt, um ihn auf dem Thron zu lassen. Ich half meinem Herrn, ihn loszuwerden. Und vernichtete sogar einige seiner Diener. Tschüss, tschüss, tschüss. Was würde mein Herr nur ohne mich machen? Sei in der Arena vorsichtig, Reiter. Sollte dir etwas passieren, bin ich mir nicht.